Wie stehst du zu meinem Musikvideo? Oh Gott, ähm... Du kannst dir alles überlegen. Guten Tag Leute und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Leute, ich habe mir mal wieder diese wunderschönen Locken gemacht, weil voll viele gesagt haben, dass mir diese Locken stehen. Ja, jetzt habe ich wieder Locken. Ihr seht es schon an meinem Titel, Leute. Und zwar, ich werde heute nämlich ein paar Leute über Instagram anrufen. Ich habe auf jeden Fall schon richtig, richtig, richtig Bock. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich euch mal diese wunderschöne Jacke zeigen. Die habe ich nämlich neu bekommen. So eine schwarze Felljacke. Ich habe die von Bershka, falls es jemanden interessiert. So sieht sie aus. Wie gesagt, die ist von Bershka und hat nur 30 Euro gekostet. Leute, kennt ihr das, wenn ihr im Winter so richtig unmotiviert seid? Weil ich bin immer richtig unmotiviert im Winter. Aber keine Ahnung, das Wetter macht immer so schlechte Laune. Und ich bin dazu jetzt auch noch ein bisschen erkältet. Also ich habe wirklich immer noch Halsschmerzen. Das geht absolut gar nicht. Aber Leute, ich sage es nochmal. Ab dem 8.12. Ach, der letzte war genau. Ab dem 8.12. Da habe ich ganz vielleicht einen Kameramann. Aber da bin ich mir absolut sicher, dass es vielleicht funktionieren wird. Also falls ihr es gerade siehst, ich freue mich auf die Zeit. Und ich hoffe, das wird gut funktionieren. Also Leute, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten mit den Dailyblocks in meinem Zimmer. Da werde ich auf jeden Fall wieder mehr unterwegs sein. Und das dann auch öfters in der Woche. Und nicht nur einmal oder so. Ich habe richtig, richtig Lust darauf. Okay Leute, machen wir es uns an meinem Tisch gewöhnlich. Denn jetzt kommen wir zu meinem Titel. Und zwar, ich rufe ein paar Leute von euch an. Ich habe meine Insta-Sory einfach so angekündigt. Komm, schickt mir eine Nachricht, wenn ich euch anrufen soll. Es haben mir wirklich wieder sehr viele eine Nachricht geschickt. Ich weiß nicht, wie viele ich anrufen werde. Ich glaube mal so zwischen 5 und 10 Leuten. Mal gucken. Nur das Ding ist, ich kann die Leute ja nicht einfach anrufen. Ich muss die ja irgendwas Bestimmtes fragen oder so. Ich frage dir einfach mal, wie die zwei Musikvideos stehen. Vielleicht sagt doch der eine oder andere, das Musikvideo war scheiße. Kann ja auch sein, keine Ahnung. Okay, ich nehme einfach mal die 123isabell456. Oh mein Gott, kannst du mich bitte anrufen? Ja, ich kann dich anrufen. Ich antworte einfach mal darauf so. Ja. Oh mein Gott, okay, sie ist direkt aktiv geworden. Ach du Scheiße, okay. Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott. Ich habe jetzt eine Frage, die stelle ich nämlich jetzt jedem Zuschauer, den ich anrufe. Und zwar, wie stehst du zu meinem Musikvideo? Ich finde es cool. Ganz sicher? Ja. Würdest du noch jemanden grüßen oder sowas? Inga. So eine Gruppe, die heißt Behindertenverein, die grüße ich auch. Okay. Und Hanna und Mira und die ganzen anderen besten Freundinnen. Okay, ich grüße dich auch. Hallo. Oh mein Gott, die Maya war mega aufgeregt. Als ich sie so gefragt habe, so, ja, wie stehst du zu meinem Musikvideo? So, ähm, äh, ja, äh, gut. Echt so, ganz sicher. Als nächstes rufe ich die Melissa-LKN an. Und ich bin jetzt gerade zufällig auf dich getroffen und werde dich jetzt auch direkt anrufen. Melissa, sie nimmt mich voll an das Ticket dieses Melissa. Hat deinen Hüftschwung wie eine Kobra. Wer kennt das nicht? Let's go, Melissa-LKN. Ich hoffe, du gehst jetzt ran. Sie geht ran. Hallo. Oh mein Gott. Dein Blick. Die Frage stelle ich jetzt jedem Zuschauer. Und zwar, wie stehst du zu meinem Musikvideo? Guck mal, die überlegt auch wie die Erste. Siehst du, sie überlegt auch? Also habe ich mir jetzt eigentlich noch keine Gedanken so drüber gemacht. Okay. Ähm. Also du hast gerade keine richtige Antwort dafür. Nicht, also ich finde es halt cool und so. Aber eigentlich habe ich jetzt nicht wirklich so eine Antwort. Würdest du jemanden grüßen? Ja, ich möchte meine Freundin Milena grüßen und meine Freundin Annika. Okay, cool. Ich grüße euch auch. Hallo. Ey, war das hier so krass. Jeder überlegt, wie die meine Musikvideo findet. Ich glaube, die finden meine Musikvideo alle scheiße. Ey, wirklich. An dieser Stelle grüße ich tatsächlich die It's Me, Juliana.e. Leider hat meine Kamera da nichts aufgenommen. Irgendwie hatte meine Kamera wieder ein paar Probleme. Ich grüße dich auf jeden Fall und schade, dass meine Kamera wirklich nicht aufgenommen hat. Okay, jetzt rufen wir eine Reiter-Angelina an. Hallo. Okay, diese Frage stelle ich jetzt jedem Zuschauer, den ich anrufe. Okay, wie stehst du zu meinem Musikvideo? Äh, ja, eigentlich ganz gut. Jeder ist so voll am Überlegen. Und ich rufe jetzt die Piene.hsm an. Boah, von der habe ich mal gehört. Ich sehe die voll oft in meinen Insta-DMs, aber ich weiß nicht genau, wer das ist. Egal, ich rufe dich einfach mal an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Diese Reaktion, Alter. Ich habe gerade gesagt in meinem Video, dass ich dich so oft in meinen Instagram-DMs sehe. Du kommst mir von irgendwo bekannt vor. Du hast mit mir telefoniert kurz. Ich habe mit dir telefoniert? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Kommen wir jetzt zu der Frage, die ich jedem Zuschauer stelle, den ich anrufe. Wie stehst du zu meinem Musikvideo? Oh Gott. Also ich finde, es ist eins zu eins irgendwie wie Moritz. Also generell die ganzen Schnitte, auch das da unten, wo der Text so steht. Ja. Und auch alles einfach. Ja. Deine Stimme ist ein bisschen Autotune. Ja. Irgendwie muss man das halt auch so mit Spaß sehen, finde ich so. Okay, okay. Ach ja, stimmt, Leute. Als ich damals bei der Rutschi war, da habe ich mit irgendeinem Mädchen telefoniert oder so. Keine Ahnung, weil ich die irgendwie grüßen sollte oder so. Ich weiß es nicht. War ein sehr akzeptables Telefongespräch. An dieser Stelle würde ich sagen, Leute, beende ich dieses Video. Ich weiß, dieses Video wird wieder relativ spät online kommen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit ein paar Leuten zu telefonieren. Aber schade, dass so viele nicht reingegangen sind. Aber Leute, wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann losst jetzt gerne ein Abo da. Und wer da ein Teil von der It's Me Abi, Leute, dann wirst du so, wie ich jetzt sage, mir nicht verpassen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Und tschüss. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder.